Erster Fit. Problem-Solution-Fit. Der erste Fit liegt darin zu validieren, ob das Problem, das man versucht zu lösen, durch die Idee, die man entwickelt hat, überhaupt gelöst wird. Der Problem-Solution-Fit bietet also einen guten Rahmen, um zu erkennen, was eigentlich das Problem ist, das ich lösen möchte und ob ich es überhaupt richtig verstanden habe. Hier helfen viele Tools und Methoden aus dem nutzerzentrierten Design. Denn vielleicht verstehe ich das Problem erst richtig, wenn ich mich wirklich in die Nutzergruppe hineinversetzt habe, ihre Emotionen, Abläufe, Eigenheiten vielleicht auch erst richtig verstanden habe. Das schafft sehr viel mehr Wirksamkeit, da ich viel besser meine Lösung darauf anpassen kann und gerade im sozialunternehmerischen Bereich ist dieser Empathiefokus, wie es heißt, das Design Thinking, wertvoll und wichtig, da sonst oft versucht wird, einer Nutzergruppe zu helfen und dabei ihre Situation wirklich verstanden zu haben. Empathie heißt also hier, sich nicht nur in den Nutzer hineinversetzen, sondern sie oder ihn wirklich in ihren Sorgen, Bedürfnissen, Ängsten, Hoffnungen und so weiter zu verstehen. Es gibt hier viele Tools wie empathische Interviews, investigative Beobachtungen, Empathy Maps und so weiter. Und die alle unterstützen dabei, das Problem aus der Sicht des Betroffenen wirklich besser oder vielleicht auch mal anders zu verstehen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, aber es hilft ungemein dabei, aus der eigenen Blase herauszutreten und sich wirklich, in jemand anderes hineinzuversetzen und vielleicht auch dadurch die eigene Herangehensweise mal zu hinterfragen. Man spricht hier im Design Thinking von den drei Bubbles von Desirability, Feasibility und Viability. Also das Begehren eines Nutzers, die Machbarkeit und die Rentabilität. Aus einer menschenzentrierten Innovationsperspektive schaue ich mir also zuerst immer an, welche menschlichen Bedürfnisse ich stillen muss, bevor ich mich dann erst mit den technischen und ökonomischen Machbarkeiten und Gegebenheiten beschäftige. Bei meinem Projekt Wolkenschlösser bin ich ähnlich vorgegangen. Ich habe mir die Frage gestellt, wo die Hürden für die Integration von Geflüchteten liegen. Es gab viele Sprachkurse, die aber die Zielgruppe nicht in ihrer Lebens-, Gefühls- und Alltagswelt abgeholt haben. Langweiliges Vokabel- und Grammatiklernen mit nicht altersgerechten Büchern war der Status quo. Geflüchtete müssen aber eigentlich in ihrer psychologischen Verfasstheit, ihrer posttraumatischen Aufmerksamkeits-, Unfähigkeit oder Fähigkeit, aber auch in ihren Vorlieben, Ängsten und so weiter berücksichtigt werden. Meine Erkenntnis war, Sprache lernen macht überhaupt keinen Spaß. Und wie sollte dann ein langfristiges, positives Verhältnis zur Sprache und kulturellen Kontext funktionieren, wenn die ersten Schritte schon so zäh waren? Nachdem das Problem also in all seinen Facetten und Blickwinkeln betrachtet wurde, geht es darum, die richtige Lösung zu finden. Und die Erfahrung zeigt, dass die erste Idee meistens nicht die richtige Lösung ist. Wenn ihr also wirklich beweisen könnt, dass ihr das Problem, eure Nutzergruppe, richtig versteht, wollt ihr natürlich auch sicher gehen, dass eure Lösung auch das Problem trifft. Neben der Wirkungstreppe und IOI gibt es auch noch ein anderes Prinzip, das ich euch gerne mitgeben möchte, um euch wirklich zu helfen, dass ihr Wirkung erzielt. Die schnelle Erstellung von Prototypen ist dabei essentiell für das Austarieren eurer Idee. Die Grundidee hinter Prototyping ist ja, dass ihr sehr schnell lernen wollt, was bei eurer Idee funktioniert und was nicht funktioniert. Im Grunde ist Prototyping also das Experimentieren mit Annahmen, die ihr über eure Lösung oder auch später über euer Geschäftsmodell habt. Das Lean-Startup-Prinzip, das vor allem durch die schnelle Iteration von sogenannten Build-Measure-Learn oder ich baue was, ich messe etwas und ich lerne daraus etwas, von solchen Zyklen bekannt geworden ist, kann dabei sehr gut helfen, schneller Lösungen anzupassen. Die Grundidee hinter diesen schnellen Build-Measure-Learn-Zyklen ist, dass ein Startup sehr viel schneller lernen kann, an welchen Stellschrauben es drehen muss, um die Idee in den Markt zu bringen. Für mein eigenes Sozialunternehmen war unser erster Prototyp ein Workshop mit Menschen mit Migrationshintergrund. Die Teilnehmenden waren wesentlich älter als unsere intendierte Zielgruppe und konnten auch schon besser Deutsch als unsere zukünftigen Teilnehmenden. Aber so konnten wir perfekt testen, ob das, was wir vorhatten, eigentlich funktioniert und wo wir Anpassungen vornehmen müssten. Was für klassische Startups dann Click-Dummies oder Papier-Prototypen sein können, also einfach Zeichnungen von der App, die entwickelt wird oder anderen Serviceleistungen, funktionieren eigentlich ähnlich im Wirkungsbereich. An Mai Chang hat in ihrem Buch Lean Impact, die Lean Startup-Methode, auf den Wirkungsbereich übersetzt und spricht dabei von sogenannten Wirkungsprototypen. Denn vor allem im Wirkungsbereich möchten wir nicht erst viel Geld, Zeit und Energie einsetzen, um nach einer langen Wirkungsmessung nach 10 Jahren oder 20 Jahren dann irgendwann rauszufinden, dass unsere Lösung mehr Probleme geschaffen hat, als sie eigentlich zu Lösungen beigetragen hat. Gerade da wir mit prekären, verletzlichen Zielgruppen wie der Natur oder Geflüchteten oder anderen arbeiten, ist es wirklich essentiell, unsere positive Wirkung auch zu validieren. Um ein Beispiel aus unseren Innovationsteams zu nennen, ein Team hat sich damit beschäftigt, eine Alternative für To-Go-Essensverpackungen zu finden. Hier hat klassisches Prototyping stattgefunden, um zu ermitteln, welche Form eine wiederverwendbare To-Go-Verpackung eigentlich braucht, welches Design gut ankommt und so weiter. Ein Wirkungsprototyp kann aber gleichzeitig ein kleines Experiment sein, in dem über einen kurzen Zeitraum getestet wird, ob das Verwenden von Mehrweg-Verpackungsbehältern vielleicht ungeahnte Nebenwirkungen mit sich bringt. Dass man zum Beispiel als Konsequenz mehr konsumiert oder anderswo mehr Verpackung braucht. Das Lean Impact Mindset und Toolset kann also dabei helfen, sehr schnell zu verstehen, ob eine Lösung nicht nur von der Nutzergruppe angenommen wird, sondern ob sie auch wirklich wirkt. Das Lean Impact Mindset und Toolset Sagenülle